Nubok Set zum Reinigen und Pflegen von allen Nubok. Wildledern, Rauhledern, Vintage-Leder und so weiter. Also alle Leder, die an der Oberfläche angeraut sind und ein bisschen flauschigen Effekt haben, egal ob es im Auto, Möbel, Handtaschen, Schuhe ist. Was ist drin? Einmal das Leder-Schleifpad, um Alltagsverschmutzung im Patina und so weiter flächig zu reinigen. Für hartnäckige Flecken oder für Flecken, die tiefer eingezogen sind, den Nubok Radierer, der auch eine absorbierende, also eine saugende Wirkung hat und danach dann zum Pflegen den Anilin-Protektor mit dem UV-Filter, 400 ml Sprühdose und eine 200 ml Dose für die Imprägnierung. Weiter findet man auf der Rückseite dann die Anleitung und kann nochmal Schritt für Schritt nachlesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017